Der Kospudener See ist ein südlich von Leipzig gelegener künstlicher See. Er entstand aus einem Tagebau-Restloch, das geflutet wurde. Anteile an der Seefläche haben die drei sächsischen Städte Leipzig, Markkleeberg sowie Zwengau. Der im Volksmund oft Kossi, seltener auch Lage Kospuda, Kosta-Kospuda oder Kospi genannte See bietet eine Vielzahl von Freizeit, Erholungs- und Sportmöglichkeiten, Entstehung. Der Aufschluss des Tagebaus Kospuden als Abzweig vom Tagebau Zwengau fiel in die Zeit der seit Mitte der 1970er Jahre in der DDR betriebenen radikalen Auskohlungspolitik, in welcher infolge der Erdölkrisen eine maximale Nutzung der heimischen Braunkohle angestrebt wurde. Der unmittelbar am südlichen Leipziger Stadtrand gelegene Tagebau sollte in mehreren Feldern bei einer Jahresleistung von ca. 5 bis 6 Millionen Tonnen bis etwa 1996 betrieben werden. Sein Aufschluss machte die Überbaggerung der land- und forstwirtschaftlich genutzten Elsterauen-Landschaft erforderlich. Ein bis dahin beliebtes Naherholungsziel südlich von Leipzig. Zudem wurden mehrere kleine Siedlungssteile, wie z.B. das ehemalige Rittergut Lauer, devastiert und insgesamt 43 Einwohner umgesiedelt. Das namensgebende Dorf Kospuden, dessen Bewohner man bereits 1974 im Zusammenhang mit dem Tagebau Zwengau aussiedelte, wurde im Verlauf des Jahres 1981 endgültig überbaggert. Der wirtschaftliche Strukturwandel und massive Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung, die sich 1989 in der Etablierung der breiten Bürgerinitiative Stopp Kospuden ausdrückten, führten 1992 zur Fördereinstellung. Bis dahin hatte der Tagebau eine Abgrabungsfläche von 5,1 Quadratkilometer in Anspruch genommen und rund 32 Millionen Tonnen Kohle an die umliegenden Veredlungsbetriebe geliefert. Bereits die DDR-Nachnutzungsplanung sah aufgrund der Lage am unmittelbaren Leipziger Stadtrand nach dem Ende der Förderung die komplette Wassererfüllung des Restloches und die Schaffung freizeitorientierter Nachnutzungsmöglichkeiten vor. Diese Kernidee wurde bei der Revitalisierung des Geländes beibehalten. Durch den Zufluss von Grund- und Niederschlagswasser sowie Sümpfungswasser aus den Tagebauen Zwenkau und Profen erreichte der See im Frühjahr 2000 seinen Entwasserspiegel von 110 Meter Ü. NN mit neutralen Wasserverhältnissen. Damit war der Kospudener See der erste Bergbaurestsee im Leipziger Neuseenland, der einer Nachnutzung übergeben werden konnte. Der gegenüber den anderen Seen zeitliche Entstehungsvorteil und die stadtnahe und verkehrsgünstige Lage bedingten die vergleichsweise Rausche. Etablierung der anspruchsvollen freizeitwirtschaftlichen Anlagen im Umfeld des Sees. Diese reichen in ihrem Umfang weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Revitalisierungsleistungen und auch über die Nutzungsformen an. Vergleichbaren Restsehen hinaus. Da der Kospudener See als Modellprojekt für die Möglichkeiten der Gestaltung einer Bergbaufolgelandschaft angesehen wurde. Dabei wurde die Finanzierung und Umsetzung der Planungen wesentlich durch die unter dem Thema Mensch, Natur und Technik stehende Weltausstellung Expo 2000 forciert, an welcher der Kospudener See als dezentraler Beitrag der Stadt Leipzig teilnahm. Er stellte den Mittelpunkt des Beitrages Landschaftsnutzung, Landschaftspflege dar. Die Expo war Anlass und Motor für die Revitalisierung des Tagebaugeländes Kospuden. Im Ergebnis zeigt der Kospudener See exemplarisch für das Leipziger Neuseenland wie auch für andere Braunkohlereviere Ostdeutschlands auf. Welche innovativen, fantasievollen und kreativen Ideen zur nachhaltigen Gestaltung einer Bergbaufolgelandschaft in kurzer Zeit wirtschaftlich tragfähig umsetzbar sind. Wenn die beteiligten Entscheidungsträger eng, konsenzzielorientiert und kooperativ zusammenwirken, Nutzungen. Während der Rekultivierung wurde um den See herum ein Naherholungsgebiet mit Strand- und Landschaftspark angelegt und im Rahmen der Expo 2000 am 1. Juni 2000 eröffnet. Die Freizeitangebote werden zum Sonnen- und Schwimmen sowie unter anderem von Seeglern, Windsurfern, Kitesurfern, Inlineskatern und Radfahrern gut angenommen, so dass sich der Kospudener See zu einem beliebten Naherholungsgebiet entwickelt hat. In den letzten Jahren wurde er durchschnittlich von etwa 450.000 Menschen pro Saison frequentiert. Im Zuge der Leipziger Olympia-Bewerbung für 2012 waren am Kospudener See Wettbewerbe im Rudern, Triathlon sowie im Beachvolleyball und umfangreiche andere Freizeitaktivitäten geplant. Der See bietet folgende Nutzungsmöglichkeiten. Landschaftspark Nordhufer Eingangsgebäude mit Ausstellung über die Bergbaugeschichte und den Landschaftswandel im Südraum Leipzig sowie mit Fahrradhausleihstation 1,5 Kilometer lange Landschafts- und Erlebnisachse vom Eingangsgebäude zum Strandbereich Tertiärwald bestehend aus Pflanzengesellschaften und geologischen Artefakten, die an die Entstehungszeit der Braunkohle erinnern. Wasserspielplatz 1 Kilometer langer und 70 Meter breiter Strand mit Spiel- und Liegewiesen Strandpavillons mit Servicestationen Anlegestelle für Schiffsrundfahrten Veranstaltungsbühne Mini-Golfanlage Punkt Seit 2010 findet am letzten Sonntag im Juli das THNK Festival statt Zöbiker Winkel Wassersportzentrum Pieri 100 Meter lange Marina mit drei Seitenstegen und Lügeplätzen für ungefähr 200 Boote Anlegestelle für Schiffsrundfahrten Drei große Hafenhäuser unter anderem mit Servicestationen, Gastronomie mit Seeterrasse, Einzelhandel, Sauna mit Seezugang, Sanitäranlagen, Ferienwohnungen, gastronomische Einrichtung am Ostuferweg mit Restaurant, Strandcafé und Strandbar, Neunloch-Golfanlage Punkt Bistumshöhe Aussichtsturm auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel, Blick über den See, den ehemaligen Elster Stausee, den Freizeitpark Belantes und die Skyline von Leipzig in einem Gehege am Ufer Weidenwald, Bison und Siekerwildherden Punkt Westhofer Vorrang und Vorbehaltsgebiet für den Natur- und Landschaftsschutz Ökologischer Mindestverbund zwischen den Landschaftsschutzgebieten Leipziger Auwald im Norden und Elsteraue im Süden Punkt Sonstiges Inselbriefkasten Zwei Inseln mit Schiffswrack Elf Kilometer langer Rundweg um den See mit Anschlusswegen zum Beispiel nach Markkleeberg Belantes, Elster Stausee, Kulquitzer See, Grünau Großtschocher, Schleusig zum südlichen Auenwald und zur Agrarschiffsrundfahrten mit der MS Kospuden und dem Solarboot Solaria 1 Vielfältige Events Die Batschke verbindet den Nordteil des Sees schiffbar durch die Wälder der Elsterpleiße Aue mit der Pleiße und über die Schleuse am Konnewitzer Wer auch mit der Weißen Elster Der bis 2015 in Flutung befindliche Zwenkauer See wird über einen 3 Kilometer lang, 7 Meter breiten und 1,5 Meter tiefen schiffbaren Graben ebenfalls mit dem Kospudener See verbunden Beide Vorhaben gelten als erste Schritte zur Umsetzung eines Gewässerverbundes zwischen den Seen im Leipziger Neuseenland Im Rahmen dieses Verbundes soll ein Großteil der gefluteten Tagebau-Restlöcher untereinander und über die Fließgewässer mit der Stadt Leipzig verbunden werden Diese künstlich verbundene wassertouristisch nutzbare Seenplatte hätte durch die Synergieeffekte aufgrund der Verknüpfung von Stadtlandschaft, Auenwäldern und Tagebau sehen bessere Entwicklungs- und Vermarktungschancen als eine Reihe nicht verbundener Einzelseen Aufgrund der hohen Investitionen, die mit 30 bis 35 Millionen Euro beziffert werden, wird eine Beteiligung privater Investoren sowie das Finden belastbarer Trägerschafts- und Betreibermodelle für die Umsetzung der Planungen Erfolgsentscheidend sein Besonderheiten Der südliche Seeteil gehört zur Gemarkung der Stadt Zwenkau Dadurch kann das Standesamt Zwenkau eine Schiffshochzeit auf dem See an Bord der MS Neuseenland anbieten Die MS Neuseenland, eine Hamburger Hafenbarkasse, fährt seit 2003 als Charterschiff auf dem See Verkehr An der Brückenstraße steht ein großer Besucherparkplatz zur Verfügung Von dort sind es knapp ein Kilometer bis zum Nordstrand des Sees In Zöbika und somit am Oststrand existieren zwei weitere Parkplätze Der erste liegt 500 Meter vom Pier I entfernt, der zweite ist direkt am Hafenpier und für Bootsbesitzer und Gehbehinderte gedacht Neben dem Autoverkehr ist der See auch durch die öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen Es verkehrt zum Beispiel die Buslinie 65 vom Parkplatz an der Brückenstraße bis direkt zum See Mit dieser Buslinie ist der See auch vom Bahnhof Markkleeberg zu erreichen, an welchem die S-Bahn Mitteldeutschland verkehrt Ebenfalls in Zöbika hält die Buslinie 107, deren Haltestelle sich weniger als 300 Meter vom Oststrand entfernt befindet In den Sommermonaten von Mai bis September ist der See außerdem am Wochenende mit der verlängerten Buslinie 79 erreichbar Der See ist weiterhin durch eine Schleuse im nördlichen Bereich an die Leipziger Fluss- und Kanallandschaft angebunden Damit ist es möglich vom Stadthafen in Leipzig bis auf den See zu fahren Im Hafen können nicht nur kleinere Segelschiffe anlegen, sondern vom Pier I verkehrt auch ein Ausflugsdampfer Das von der Tourismus- und Freizeitservice GmbH betriebene Schiff MS Kospuden fährt seit dem 25. März 2000 auf dem See Es besitzt ein Ober- und ein Unterdeck Eine Fahrt inklusive Simans Gun des Kapitäns dauert ca. eine Stunde